Wunderschönen guten Morgen Leute, es ist Samstag, 5 Uhr, ich bin eben gerade aufgestanden und heute geht es zur FIBO, ich bin hier gerade ein bisschen am Essen vorbereiten, wie ihr seht, Brokkoli habe ich für mich gemacht, 400 Gramm, 400 Gramm Hähnchen, 6 Eier nehme ich mit, dazu kommt noch eine Tomate und eine Gurke noch rein, ein paar Pilze, wird ein bisschen Volumen haben, das esse ich gleich, bevor es los geht, das natürlich nicht, ja Leute, ich habe jetzt eine Woche komplett entladet, von Montag bis Freitag und gestern Abend gab es dann endlich wieder Kohlendraht, ich konnte es kaum erwarten, das Training verlief ganz gut, besser als ich dachte, ich habe eigentlich kaum Kraftverluste gehabt, außer am Freitag, da habe ich beim Oberkörpertraining, ja, vielleicht waren es zu viele Wiederholungen oder so, die ich nicht mehr gedrückt habe oder so, aber die habe ich dann wieder durch einen zusätzlichen Satz ausgeglichen, also so mit alles safe und es läuft alles wunderbar. Ja, ich werde auf Afibo einige Sachen abfilmen und viel Spaß mit dem Video, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020